Hey Friends, ich wurde von Xbox angeschrieben und tatsächlich gefragt, ob ich eine Xbox designen kann. Und ich glaube, das ist die krasseste Kooperation, die ich in meinem Leben jemals hatte. Weltweit wurden nur 5 Künstler ausgewählt, die das machen durften und ich bin so glücklich, dass ich eine davon war. Das Ganze habe ich natürlich in meinem Tropfenstil umgesetzt, damit es ein Wiedererkennungsmerkmal hat. Und so sah dann das fertige Endergebnis aus. Das Ganze wurde auch auf Insta von Xbox gepostet und auch ich habe dazu einen Beitrag gepostet. Lasst mich gerne eure Meinung darunter wissen.